Hey Leute, willkommen zurück bei Final Fantasy 15. So, wir wollten jetzt mal ganz kurz, bevor wir nach Lestalum zur nächsten Hauptmission fahren, zur Kautessplatte. Genau, eine kleine Pilgerfahrt machen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir diese ganzen Sichter aufs Nebenquest, die hier noch alle aufgelistet sind und sich hier wahrscheinlich noch versteckt haben, auf der Karte nicht machen. Und nein, das heißt einfach, dass wir mal kurz nebenbei auch ein bisschen Hauptquesten, weil das ist Stufe 10 und ich bin jetzt schon Stufe 19, weil ich einfach immer so viel annehme. Deswegen, ja, wollte ich mal auch mal wieder in die Stadt und da ein bisschen gucken. Auch wenn wir uns hier ewig auf der Welt umgucken könnten und es ist einfach viel zu viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und er macht erst mal wieder seine Haare schick, genau. Was sagt mein Tank? Muss ich tanken? Habe ich getankt? Ich weiß es nicht. Ich tanke mal nach. Ist jetzt ja nicht so viel Geld, dass wir es nicht leisten könnten, ne? Mittlerweile sind wir ja für den Prinzen wieder schon fast... Fast... Fast rei... Naja, wir sind immer noch pleite für den Prinzen. Danke, Daddy. Apropos, sollten wir nicht was erben? Oh, voll fies. Nein, natürlich nicht. Wir haben das Auto schon. Unten noch im Herzen, weil Papi ermordet wurde. Aber ich trete den ganzen Niefen noch in den Arsch dafür. Keine Sorge. Gut. Dann schauen wir mal, wie wir zu dieser Cortez-Platte kommen. Ob wir da überhaupt schon entkommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Achso, meine Musik ist aus, glaube ich. Schauen wir mal. Ja, und es gibt wirklich so viel hier noch zu sehen und zu erkunden. Schön. Schön, aber ich weiß nicht, wann ich das alles schaffen soll. Ja. Achso, vielleicht sollte ich mal nebenbei kurz auf die Karte gucken, bevor ich wieder falsch fahre. Okay, nach rechts. Hier ist noch eine Tankstelle. Da kann ich kurz mal halten, falls es da was zu kaufen gibt. Dann nochmal nach rechts. Okay, kriegen wir hin. Kein Ding. So, hübsch. Was ich mal ganz kurz gucken wollte. Sorry, wenn ich jetzt schon wieder unterbreche. Nee, komm ich in die Option? Wartet mal ganz kurz. Nee, Tipps sind aus. Was ist denn die Benutzer- oder Steuerungshilfe? Ich glaube, das ist das, ne? Ja, okay. Das brauche ich jetzt ja nicht mehr. Mittlerweile weiß ich ja sogar, wie es funktioniert einigermaßen. Joho, Zwischenstopp. Ladies aufreißen. Yay. Wenn Herr Noctis möchte, können wir auch noch ganz andere Sachen machen. Was? Also Eis essen zum Beispiel. NBCs? Ihr möchtet nicht mit mir... Ihr möchtet nicht mit mir reden, dann halt nicht. Ich hoffe, ihr hört meine Katzen nicht im Hintergrund. Die hat wieder... Grad, wo ich anfange aufzunehmen, meinen, ne? Zu spielen und alles. Ja, Katzen nennt was Schönes. So, haben wir den... Oh, was haben wir hier für Säcke? Produkt ungeschälter Reis. Herkunft Redilwiese. Daskei 60% und... Müllwaldklin 40%. Sorte Redilwiesentau. Also ja, siehe, Packungsauftrag. Okay. Ich finde es immer noch so cool mit diesen kleinen Potions und Phönix-Federn hier. Hm. Ansonsten... Nix auf Klö kann ich auch nicht. Entschuldigung. Was ist denn, wenn ich mal für kleine Prinzen muss? Muss ich mich dann wirklich ins Gras hocken? So, Heiltrank haben wir noch. Ich weiß, ich sollte die Heiltränke auch öfters benutzen. Ich vergesse es immer. Uh, Neuner! Neuner! Sogar zwei? Oh, der Neuner ist auch cool. Uh, hallo? Ja. So, deshalb... Oh, Nadelkaktor. Stahlkaktor. Er lockt so Fische an. Haltbarkeit. Ich kann ja einfach mal einen mitnehmen, oder? Wenn ich mal wieder fischen gehe. Warum nicht? Kostet dies ja nicht die Welt. Ja, oh, ciao. Sonst ist hier nix? Es sind ein paar Typis. Die vielleicht... Äh, danke, ja. Hier ist der typische Waffenroschee, der uns vollstorkt und immer hinterherkommt. Aber wir waren jetzt hier erst einkaufen, ne? Niedere Lanze. Das ist auch nicht wirklich stark. Uh, Verhängnis habe ich da schon, ja. Drachen Shield. Erhöht die Magie. Erhöht die Willenskraft. Okay, kugelsichere Wäste. Obwohl ich eigentlich noch zufrieden bin mit unseren Accessoires, die wir im Moment haben. Der versucht, eine Karte zu lesen. Okay, viel Glück dabei. Ich kann das gar nicht. Hier haben wir Chocobos und zum Übernachten müssen wir aber gerade nicht. Was haben wir denn hier? Was haben wir? Ich möchte was essen. Hallo, ich möchte... Was gibt's denn? Sind das Donuts? Alter, lass einen Donut rüberwachsen. Lass einen Donut rüberwachsen. Hey, ich will einen Donut. Gib mir einen Donut. Warum kann ich hier... Hallo, ich bin der Prinz von Insomnia. Gib mir einen verdammten Donut. Das ist ja wohl ein Sackgesicht. Todesstrafe. Todesstrafe. Sobald ich auf dem Thron wieder sitze, wird dieser Typ hier zur Todesstrafe verurteilt, weil er den Prinzen keinen Donut gegeben hat. Merkt es euch. Das ist sein... Na, komm schon. Das ist sein Gesicht. Ähm. Das ist mein sexy Gesicht. Ich, äh... Das ist sein Gesicht. Äh? Äh? Jetzt kannst du noch grinsen. Du hast irgendeine Plurie? Die will ich gar nicht. Was das ist, weiß ich auch nicht. Das wäre der Reis. Obst. Naja, gut. Okay. War mal nett anzuschauen. Ist da noch was, oder ist das einfach nur... Random. Ich schau mal ganz kurz hier. Uh, da ist was in der Ecke. Hier, wieso? Also erstmal machen wir gleich die Hauptquest weiter. Hat ja lange angehalten. Kontrollpunkt C. Deine Fleiß wird die Mutter mit Stoff entlohnt. Suche nach Ruhm, wo vier Beine Schatten schlagen. So, okay. Was ist das, Ignis? Neue Rezepte, ich habe ein neues Prozept gefunden. Neuer Stoff. So. Ich würde aber wirklich gerne noch bis Sonnenuntergang, bis zur Cortez-Platte kommen, deswegen... Ne? Wir werden ja doch sowieso noch zehnmal mindestens vorbeikommen. Achtung, Prinz! Hallo? Todesstrafe. Das war Versuch der Prinzenmord. Ihr habt es alle gesehen. Ich habe hier ganz viele Zeugen unter euch. So, weiter, Kids. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Mikro ist schon wieder zu dort eingestellt. Ich gewöhne mich da echt noch nicht dran. Sorry. Okay. Okay. Fahre ich jetzt aber richtig? Oder fahre ich jetzt wieder falsch? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich war falsch. Hat keiner gesehen? Oh, da ist auch was. Wie komme ich denn da hoch? Kann ich da überhaupt hochspringen? Aber... Was ist denn das hier? Das sieht hier irgendwie voll deplatziert aus, so ein Riesending. Hm. Ich bin... Ups. Ich bin... Sorry. Ach. Ähm. Wenn sie könnten, würden sie noch die Augen rollen. Entschuldigung. Ich habe keine Orientierung. Oh, es regnet wieder. Cool. Ich mag ja so ständigen Wetterwechsel, je nach Gegend. Was ist denn das für ein Ding? Grasslands. Aber was das ist, steht nicht. Was denn? Achso, hier ist gar nichts. Sorry, Leute. Ich dachte, hier ist was. Weil er so auf einmal angefangen hat zu regnen. Äh, zu regnen. Zu regnen. Entschuldigung. Was ist denn heute mit mir los? Einfach mal abgesehen, bin ich, glaube ich, wieder falsch, ne? Meine Güte. Ignis lässt mich doch bald wieder nicht ansteuern. Der knebelt mich bald und steckt mich in den Kofferraum. So sieht's aus. So, einmal drehen. Ähm, einmal bitte. Hallo, ich muss drehen. Ähm, hallo, ich habe Vorfahrt. Ist mir doch egal, ob ich auf der falschen Spur bin. So. Okay, das sieht gut aus. Ich habe nur ein bisschen Angst. Vor dem, was uns dort erwartet. Könnte, eventuell. Vielleicht machen wir ja auch nur ein Foto und kommen später wieder. Wer die Trailer kennt, weiß, wovor ich Angst habe. Oh. Ich habe Angst. Also noch kommen wir lang, ne? Obwohl es ja Straßensperre stand, also dass man nicht weiterkommt da. Das wäre eigentlich noch was, wenn wir jetzt so random Headbanging machen würden im Auto. Ähm. Fände ich cool. Das war Regen, sieht das hier schön aus. Just saying. Ah. Häää. Ups. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Vor allem sehe ich gerade gar nichts. Genau. Könnte ich auch. Könnte ich mal bitte hier weg? Der wird 23. Fuck, ich brauch mal einen Wartpunkt. Wartpunkt, Wartpunkt. Ups. Uuund, das war's. Ich hab's ihm wieder MP starren, verdammt. Ich kann... Ich hab hier gerade nichts für einen Wartpunkt. Ich möchte gern mein MP auffüllen. Aber hier ist einfach nix. Ich brauch Magie. Ähm. Ich hab noch dreimal Blitz. Ja, mein Problem ist gerade, dass ich schon wieder kein MP hab und hier gerade nix ist, wo ich mich hinlocken könnte, oder... Ne? Und go! Ja, dann geht doch weg, ihr Deppen. Oh, das tat, glaube ich, weh. Ich wolle noch mal einen Halt dran, ganz kurz. Ich weiß, ich weiß, ich hab grad die Basse, die mir LP abzieht. I know. Scheiße! Zu spät! Ja? Ja? Ach so. Ich wollte nehm. Verdammt! Das gibt's doch nicht. Dieses kleine Biest. Entschuldigung. Aber der ist auch schon hohes Level. Ich sollte hier noch gar nicht sein. Nein, nein, nein. Das gibt's doch nicht. Entschuldigung, ich kacke gerade ab. Aber Level 23? Ja. Und der ist sehr, sehr fies. Ich bin echt nicht gut in diesem Spiel. Ich weiß. Aber ich will ihn jetzt tot bekommen. Sag mal, wie trifft er mich denn? Ich greife an. Ich greife an. Geheilst du mich kurz? Danke. Alter. Und ich bin halb tot. Scheiße. Warum? Ja, ich wollte hier doch mal ganz kurz gucken. Warte doch mal kurz. Wir gehen gleich zu deiner blöden Sis. Was interessiert mich die Olle? Nein, wir gehen gleich nach Lestalum. Ich wollte nur gucken, komme ich hier überhaupt lang? Okay. Klar, ich habe sie gerade verprügelt, aber ich komme nicht weiter. Mhm. Danke. Okay, wir können nach Lestalum. Schade hier, aber wir haben ein paar XP's noch gesammelt. Ja, was ich nicht verstehe. Ja, wir hauen hier ganz schön ab. Ich bin ja schon halb tot. Irgendwann ist es viel Müssen. Es tut mir leid, hier ist gerade gar nichts. Wir sitzen hier gerade in der Falle. Wo denn? Klaro. Ich gehe am besten zu diesen Niffen und sage, hey, habt ihr mal ein Bett? Nachdem ihr mich gerade abgekugelt habt? Ach, das ärgert mich gerade so. Muss ich doch. Ist doch schön. Ja, das hat mich jetzt... Okay, hier lang? Okay. Das hat mich gerade geärgert, dass er so stark war. Und ich bin echt schlecht in diesem Spiel. Oder einfach unterlevelt noch, bei dem ich... Ich habe keine Ahnung. Nur, ich konnte halt gerade auch nirgendwo ran und meine MP heilen. Deswegen war es ein bisschen schwer. Und naja. Ich bin ein Noob. Verzeiht es mir. Jetzt drückt mir nur die Daumen, dass ich nichts auf der Straße spawne. Sonst bin ich extrem am Arsch. Denn... Ja. Sonst bin ich extrem am Arsch. Weil ich hier nirgendwo lang kann. Ja, ich kann da nur lang, Leute. Naja. Let's see. Fahr durch, fahr durch. Oh, das ist der Riese, ne? Ja, das ist jetzt nicht so gut. Ho! Hopp. Hopp. Kann ich hier irgendwo nicht ein Camp aufschlagen? Luna, wo sind deine blöden Fugien, wenn man sie mal braucht? Ah, und ihr so? Ich glaube, der düst nicht ab, war. Ne. Wenn ich gerade schon das Level 23 Ding nicht übersiegt habe, kriege ich das Level 30 Ding jetzt durch. Was? Ah, da, 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 da. Na, 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 na. Was? Gut, das wusste ich nicht mal aus. da ich hab hier warum habe ich eigentlich hätte ich hier nicht was einzeichnen können hier da ist ein camper irgendwie das gefühl mir fehlen hier ganz viele sachen eingezeichnet naja egal da kommen wir noch mal hin irgendwann ja woanders komme ich nicht lang ich muss hier lang fahren wenn ich abschleppe bin ich nur wieder beim hammerhead sag mal möchtet ihr nicht woanders party machen ja nicht ja das habe ich mir schon fast gedacht er hasst mich einfach war das startschuss aber warum und warum ich komme hier nirgendwo hin ich sitze in der falle ich meine klar ich könnte es dran vorbeilaufen aber dann muss ich wieder zurück zur regalia und dann muss ich doppelt und dreifach fahren und das ist auch blöd da komme ich hier nicht irgendwo mal rum wir können uns ja mal ein bisschen umgucken während wir hier warten müssen vielleicht finden wir ja weg auf die platte rauf sieht nichts aus das grund ist mir schon wieder so die ist rauf da cool aber ich bezweifle dass ich da ganz hin komme und rauf da auch da ich schaff das schon da oben komm ich irgendwie rauf geklettert seht da wir sind ganz nah ich glaube die lassen mich da nicht hoch schaddi schaddi vier jahr wollt ihr jetzt nicht endlich mal dies bohrn hier kann ich auch da ist der regalia aber was stöhnt denn hier so ich meine es sieht hier trotzdem geil aus man muss man einfach mal sagen ouch ouch leute lauft schnell fahrt um euer leben ha seht ihr alles super alles klar gut ging doch ich habe gesagt es ging doch das ist naja tschüss da komme ich auch nicht hoch ok wieso ja ich bin der tolle eisen gegangen mit meinem riesen ding stückst du ja doch in den arsch rein ich höre mal ganz kurz meine lp okay mach wo kleine könige moment ich verstecke mich auch im bus äh im bus im bus was heißt eigentlich diese stärke da unten rechts dass ich verwirrt bin oder so aber warum okay es dauert echt lange bis die lp wieder oben sind glaube ich sollte echt mehr heiltränke dabei haben ich meine ich habe diesmal heiltränke benutzt ne ich verbessere mich es tut mir leid wirklich es tut mir wirklich leid aber es ist halt ein bisschen blöd gelöst finde ich dass man nachts gar nichts machen kann weil immer so ein viech spawnt guck mal die hasst mich doch einfach lässt mich nicht in die regalia was sind das für level dinge ich könnte ich doch wo oder aber habe ich nicht wie kann ich eigentlich spänen sehen also kann ich irgendwas machen um das um das ich halte doch mal kurz die stute um das zu sehen weil ab und zu kommt hier ganz kurz oben links dann ähm das spähen na was ignis äh rausfindet aber das ist immer so schnell weg dass ich das nicht sehe und deswegen kann man das manuell nochmal sehen weil man dann ja auch sieht welche schwächen die haben ich meine ich hatte gelesen weiß ist auf jeden fall neutral wenn man weißen schaden macht ist neutral und ich glaube bei orange oder so ist das die schwäche der gegner i don't know sonne geh doch mal auf please alter fahrt durch fahrt sie übern haufen alle fünf wieder ich muss doch gar nicht erst versuchen die um zu bringen weil level 30 schaffe ich nicht obwohl ich level 19 bin verstehe ich gar nicht ich habe ja schon teilweise probleme eben bei dem da äh ok 23er gehabt ho kann ich auch leute was macht eigentlich mein meine fp mhm 14 nein fertigkeiten ich weiß ich sollte das hatte ich gelesen ich sollte wohl sammeln machen sammeln lernen für ignis glaube ich war das für ignis ich hatte irgendwas von sammeln gelesen und das kann dann wohl ähm dass die gruppe sich versammelt und dass man dings bekommt ähm lp wieder heilt oh ja das ist hi also es hieß jetzt nicht sammeln ich habe es halt im englischen gelesen aber es sollte halt übersetzt sammeln heißen meine ich und die fp sachen soll man auch schon machen ja habe ich ja generell schnappschuss wollte ich eigentlich auch mal machen und kam zu fotografieren sieht sich ja auch cool aus kommt aber viel wichtiger ist jetzt herr herringer äh hm schaub wartemodus ach so ich habe keinen wartemodus benutze ich nicht hm nachschlag oder heißt das doch was anderes im deutschen erste hilfe ignis fortgeschrittene hilfe frachtkundige hilfe geborgenheit erste hilfe prompto strange vielleicht ist es auch schon was was ich schon habe ach ne hier ist sammeln okay überschleunig deine heilung gravite okay das ist acht gut dann ähm merken wir uns das das soll man auf jeden fall recht früh wohl holen äh ja kirri blind und so ich find noktis Haare so sexy allein der wuschelkopf und das halt dieses dieses diese mischung aus schwarz grau blau halt die klappe da hinten deine meinung interessiert kein es tut mir leid der part ist eigentlich ein bisschen lame dafür unterhalten uns die leute mit dem hin und her gesprungen lust kann ich auch hui ja sowas kann ich und ihr das kann ich aber besser ja ups entschuldigung ich wollte eigentlich ahem entschuldigung jetzt mach das noch mal danke ähätsch bätsch ja und ihr so ich hätte einfach ja ist gut ich hab's verstanden und die spawnst du bitte hier komm ich auch nirgends wo lang ich bin einfach komplett in einer in einer sackgasse hui 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 wo geht's hier lang ah gegen felsen ok ja das ist schön also gladio wir kommen schon noch irgendwann zu deiner sis keine wange guck mal vielleicht geht da hinten schon die sonne auf es wird langsam heller ach ja schön meine lieblingsfreunde ich bin dann mal weg ne ja ihr verdammten säcke ja sorry ich wollte aber das denn bitte alter ist klar jetzt können wir nicht ab ok ok oh was ist das denn der süßes kiki hat wieder 5 kawaii minuten so darf ich jetzt weiter ja das ist sehr nett danke was ist das denn da nütliches darf ich das mitnehmen Guck mal. Hallo. Hat der Aua? Der liegt da so tot rum. Vielleicht braucht er Hilfe. Weil da ein armes kleines Fluffelpuffel liegt und, glaube ich, verletzt ist. Oh, oder ein Level 58 Monsters ist, der mich vielleicht umbringt. Aber, hallo. Okay. Okay. Ich dachte ja nur, dass der verletzt ist. Oh, mein Auto kann sich eigenständig aufmachen. Na gut, dann lasse ich die Magitek-Dinger mal mit dem Typ spielen, ne? Ja, das sah so aus, ob der verletzt ist. Ich habe doch nur mal geguckt. Ja, Schatz, lass das Spielzeug. Hat Mami dir da gelassen. Ah, okay. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich nach der Stallung komme. Ach, ich liebe die Aussicht. Nee, da ist, glaube ich, ist da jemand? Nee, ihr habt mir nämlich schon geschrieben, dass es diese Pans, die man kaufen kann, die braucht man wohl, weil manchmal Leute liegen bleiben und denen kann man halt helfen. Es gibt gut XP's, aber ich bin wohl auch schon mal in einem vorbeigefahren, ohne es mal wieder gecheckt zu haben. Also selbst wenn ich mich umgucke, gut genug, stopp, muss ich dann nach links? Nein, da ist zwar auch was, aber da muss ich wahrscheinlich später hin. Ich mache erstmal die Nebenquests. Ihr wisst, was ich meine, die Hauptquests, die Story, dass wir mal ein bisschen vorankommen. Oh, was will er denn jetzt? Ich hätte gern Nacktfotos von mir. Mit Nacktfotos. Ja. Prompto wird bis zum nächsten überall noch hauptsächlich Nox fotografieren. Yes! Los, strippen! Jetzt ist die Chance, Leute! Unsere Fangirl-Fotos rausbekommen. Das ist aber cool, dass man das mal machen kann. Auch wenn ich das natürlich irgendwie voll eingebildet anhöre, so, knippst doch mich, dö. Ist hier was Wichtiges? Nein, da können wir später hin. Sonst kommen wir halt, wie gesagt, nie zur nächsten Quest. Und wir können ja jederzeit zurück und hin und zurück und hin und zurück und, you know? Mir ging es erstmal darum, dass wir die Chocobus retten. So. Oh, das sieht auch gut aus. Was ist so? Ja. Hm? Wie?! Tja, aber Insomnia hat keinen Kristall mehr, der letzte Kristall wurde ja vom... Kleinen geklaut. Man hat ihn noch gar nicht gesehen im E-Tor. Oder ich bin extrem blind kann auch sein. Ah, es sieht trotzdem sehr cool aus. Ich verstehe auch nicht, warum Leute sagen, das ist schlimm oder es langweilig finden oder halt mein Nö, wo geht es da lang? Okay, irgendwo hin, wo ich noch nicht weiterkomme. Oder halt mein Nö, das ist doof, das ist langweilig, ich mache Schnellreise. Ich meine, man musste in Final Fantasy immer laufen zumindest. Oder auf Chocobus rennen und ob es jetzt zu Fuß oder mit dem Auto war. Im Achter gab es übrigens auch schon Autos, ich wollte es mal sagen. Ich finde das besser, als wenn man Mieplos wirklich nur von Ja, das dachte ich gerade auch. Mieplos von Stadt zu Stadt sich warft. Man kann die Aussicht genießen und die ganzen Soundtracks von Final Fantasy. Ich meine, hallo? Umsonst, so gesehen. Ich glaube, ich bin da. Ich bin da. Wir sehen eine Stadt. Ist Hallum, Ortschaft. Oh, dammit. Lass mich raten, es wird wahrscheinlich viel zu groß sein, dass ich mich wieder drei Stunden nur erkunde. Oh, mit einer Seilbahn. Was möchtest du denn, Ignis? Ignis? Kurz Abkürzung. Was ist denn das? F, ähm, und A, Pfefferschoten. Besser Kälber als Pfeffer aus Daskei. Schmeckhaft eingelegt. Hm? Natürlich. Die geht sich auch nur... Wie cool. Man kann einfach grüßen. Das ist ja cool. Ich kenne die alle gar nicht, aber egal. Lestallum. Ich weiß gar nicht, ob ich schon was von Lestallum gesehen habe. Von Altissia, natürlich, durch Trailer. Aber Lestallum? I don't know. Sieht cool aus. Ah, und da hinten ist dann auch Meteor. Okay. Ich möchte ein Foto machen. Ich will genau so schön wie Prompto. Hi. Was ist das schön? Einfach Leute grüßen und ein bisschen rumhören. Ich will gar nicht rennen. Ich will einfach gemütlich langsam gehen. Oh, wenn ich so... Oh, das ist eine Seilbahn. Und dann die ganzen Palmen und alles voll hübsch. Oh. Beben, okay. Und hier. Foto, 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 Foto. Das Wichtigste, natürlich. Welt retten und so. Egal. Fotos machen. Yay. Kann ich da durchgucken? Hallo, Ladies. Alles klar. Ich beuge mich vorhin. Ich wurde abgewiesen. Kann ich hier... Ich möchte hier gerne durchgucken. Schade, hier geht nicht. Große Städte sind ja toll eigentlich, ne? Ja, voll schön. So eine Touristadt irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, Großstädte sind cool, natürlich. Aber das Problem ist... Oh Gott. Das Problem ist, dass ich hier mich wahrscheinlich drei Stunden umgucken könnte. Ich grüße jetzt jene NBC. Ach man, ich weiß. Das ist schlimm. Aber ich mag das. Ich mag diese Stadt und... Oder diese Welt. Und ich möchte mich umgucken und alles mitnehmen. Ah, ah, ah. Hi. Ich weiß, ich bin da extrem schlimm. Aber die Welt ist halt auch einfach so hübsch gemacht. Oh, da möchte ich nicht runterfallen. Nein, definitiv nicht. Deswegen möchte ich halt wirklich mich gerne in Ruhe umschauen. Und die Leute auf den Arsch mal schauen. Und naja. Ist genießend, so. Also haut mich doch. Oh. Aha. Seht ihr? Das passiert ja nicht, wie man sich... Was hat denn für ein Dings? Wenn man sich umguckt. Hier gibt's wieder nix für mich. Boah. Ihr steht alle auf meiner Todesliste. Alle. Moin. So. Hier war Parkplatz. Genau. Was gibt's hier noch Schönes? Auch Snacks. Geh' ich mal von aus. Oh. Ich hoffe, es war kein Hundescheiße. Das machst du dann weg. Oder Mama Ignis. Ich nicht. Okay. Hier sind uns so weiter Autos. Was ist das da oben für ein... Zeichen. Oh Gott. Oh Gott. Ich darf... Oh Gott. Ich darf da gar nicht reingehen. Sonst komm ich da nie wieder raus. Okay. Sieht aus wie Gedärme oder so. Ah, hier sind Cup... Darf ich die echt kaufen? Ich kann... Das ist ja cool. Ich kann einfach Cup Nudels kaufen. So. Nehmen wir mal zwei mit. Warum nicht? Das ist ja cool. So. Wertgegenstände. Pannenset brauche ich auf jeden Fall. Den Rest sollte ich eigentlich auch verkaufen können. Oh. Verkaufstet. Uh. Da habe ich auch ganz viele von. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, ich brauche da von irgendwelche. Mal. Vielleicht lassen wir mal ein paar da. Okay. Ist ja cool. Man kann ja einfach fertig Nudeln kaufen. Alle schon so in den Kommentaren. Hier, jetzt geh zu dem verdammten Ausrufezeichen. Du ziehst das Display in die Länge. Aber ich möchte doch gucken, was die sagen. Und was hier ist. Ich sehe da, die redet nämlich alle mit mir. Aber ich will da unbedingt noch hin. Oh, eine Goldnadel. Hier geht es auch lang. Oh Gott. Grüne Daumen. Dieser Dünger lässt Blumen und Gemüse schneller wachsen. Aus 100% Schwertschweifmist. Oh, ja. Okay. Hier ist irgendeine Hintergasse. Auf jeden Fall liegt hier auch was rum. Kaputte Taschenuhr. Oh. Das hört sich doch ins Zeitquiz an. Okay. Ich gehe jetzt aber erstmal in die Mitte. Nicht, dass ich hier zu sehr vom Weg tatsächlich abkomme. Ich gucke erstmal, wo Iris ist. Und dann schauen wir uns in Rom. Auch wenn es echt schwer für mich ist, dahin zu gehen, wo ich hin soll. Oh, hier gibt es auch was. Entschuldigung. Es tut mir noch leid. Es tut mir wirklich leid. Jungfernkuss. Halt Frosch. Man weiß nie. Man weiß nie. Eos. Das sehe ich leider nicht so. Zu streifen finde ich persönlich ja hässlich. Das würde mich mal interessieren. Aber ich sehe leider echt nicht, wie das aussieht. Und 8000... Ich spare erst mal mein Geld. Wir sind hier hoffentlich noch eine Weile in der Region. Also, wenn ich mich weiter so umgucke und nebenqueste, sicher noch 30 Stunden. Oh, hier ist auch ein kleiner Souvenirladen einfach. Wie süß. Ich finde diese fucking Details einfach so toll. Entschuldigung. Man findet halt an jeder Ecke irgendwas. Oh, zum Beispiel ein Buch zum Lesen. Seht ihr? Uri Gampels Jagd-Tagebuch 2. Oh, nicht schon 1? Wenn Eier träumen. Okay. Liebe Männer, was träumen euren Eiernachts? Als Belohnung für die erste erfolgreiche Jagd hat mein Ausbilder mir ein deftiges Mal spendiert. Das Spiegeleil soll mich daran erinnern, dass ich als Jäger frisch aus dem Ei geschüpft bin und mir erst meine Sporen verdienen muss. Oh, oh. Selten so gelacht. Und selten so ein Glück gehabt. Denn die Kröte, die ich neulich in meiner Not erlegt habe, war doch glatt das Jagdziel. Wenn das so weitergeht, bin ich schon bald so legendär wie der weise König aus dem Graf. Ah, und ein Rezept, seht ihr? Knuspriger Jägerleis. Tja, seht ihr? Deswegen guckt man sich in solchen Spielen gut um. Was soll das denn bitte heißen? Kann ich hier, ähm... Es wäre cool, wenn man hier näher heranzoomen könnte. Da hinten ist das Dings, um zu sehen, was hier alles ist. Hier ist ein Geschäft. Hier ist ein Feinkostladen. Feinkostladen, Feinkostladen. Restaurant, Restaurant, Restaurant. Waffenhändler. Irgendwas. Oh. Cool. Okay, ich gehe erstmal in die Richtung, zumindest. Wie gesagt, wir werden sicher noch genug uns umgucken können. Ich meine, ich gucke mich ja eh schon um. Und ich stecke fest. Oh, das ist auch eine Tanke. Oh Gott. Es tut mir doch so leid. Moment, hier bleibt er einfach stehen. Nix hier. Okay. 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 Ich wollte hier nichts einsammeln. Pah. Pah. Müll. Hui. Ah, kein Müll für aus der Münze. Jupp. Ups, pass auf, Noctis. Ja, Marzina. Hallo, die Dame. Hashtag japanische Boyband. Ich fand das sowieso, dass die sich alle viel zu sehr aufgeregt haben über die Outfits. Ich find die cool. Schwarz ist doch sowieso. Es passt doch immer. Was hat das mit japanischer Boyband zu tun? Emo Boyband wohlgemerkt. Gut, es sind keine Damen dabei, aber whatever. Ich find das echt nicht so schlimm, wie es jeder hinstellt. Meh. Ich mag das Spiel jedenfalls. Oh, da ist Kloblauch. Vampir unter uns. Was ich gerne noch machen würde, ist wirklich auf Klo gehen. Ich mag es, in Spielen auf Klo zu gehen. So, jetzt hab ich's gesagt. Gut, was haben sie denn, der Herr? Ah, Final Fantasy 14. Oh, hab ich nie gespielt? Before Meteor. No, Mo. No, Mo. A Realm Reborn hab ich nie gespielt, aber egal. Kapalier, Farbkatalog, Oberstufe. Ja, nehm ich jetzt aber, glaub ich, auch noch nicht, weil wir haben ja die anderen, die immer noch nicht. Ein Reservetank. Oh. Das ist cool. Luftstromkompensator. Oh, das ist aber so teuer. Das ist so teuer. Ich muss halt echt mal erstmal sparen. Ich glaube, ich... Obwohl, muss ich ihn halt erst einbauen lassen? Wahrscheinlich, ne? Und das Shitnay kommen wir jetzt ja erstmal eh nicht. Merkt euch das mal. Hier kann man einiges fürs Auto kaufen. Wenn ich mal ein bisschen Geld überhabe und wieder in Richtung Shitnay möchte. Aber im Moment möchte ich noch mein Geld ein bisschen sparen und häufen. So, hier geht's wahrscheinlich wieder raus, ne? Ja, ist ja klein, ist das. Spaß. So. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ihr über der Müll rumliegt. Detail schön und gut, aber Müllentsorgung, Leute. Ein Somja wäre nicht so dreckig. Das hätte Papi nicht zugelassen. So, okay. Dann schauen wir mal, ob wir zum Hotel erstmal kommen. Und schauen, ob Iris noch lebt. Noctis, please! Hör auf immer zu hopsen! Oh, hier ist es schon. Cool. Geht's denen gut, Mister? Mister? Kann ich nicht auf den raufspringen? Oh. Ähm. Hashtag Umschau-Bugs. Moin! Oh, die tanzen da. Darf ich mittanzen? Ignis, willst du mittanzen? Entschuldigung. Ah, Kind. Ähm. Nocci, ich sei sei. Sternanhänger. Verstopp, vergift, konfus, frosch, stein. Das ist halt die Frage, ob ich sowas brauche. Ich meine, ich habe bisher erstmal die Items. Ich bin eh jemand, der eher auf Statuswerte geht. Also die boostet. So, ich gucke mal. Der Brunnen sieht voll schön aus. Ich schau mal im Hotel kurz. Oder auch nicht. Das war ein creepy Auge, würde ich mal meinen. Und es war nicht meins, dass er auf Noctis Po gestarrt hat. Das kann ich euch sagen. Nächstes Mal war ich es nicht. Ah. Ja gut. Nehmen wir es noch kurz mit. Gehen wir schon mal rein. Hallo Mister, was lesen Sie denn? Oh, da ist noch was zum Lesen. Kosmogonie. Annotationen zur Kosmogonie. Die Pakte. Wieder was Neues. Aus der Zeit vor etwa 2000 Jahren, als die Kosmogonie verfasst wurde, datiert ein Schriftstück, das von Pakten spricht, die die Kanagi mit den Göttern schloss. Die Pakte sind eine der seltenen Gelegenheiten, zu denen die Götter sich vor den Menschen zeigen und ihre Stimme Gehör schenken. Ich hoffe, das ist ein Luxushotel hier. Trotz des ganzen Müll draußen. Das ist ein Luxus. Gladius, Schwesterle. Ihr jetzt. So rum. Ja, so gesinnt sind wir ja auch noch ein Prinz. Aber die Stimmung ist, glaube ich, nicht so prächtig jetzt. Ja, das war's. Das war's, glaube ich. Das war's. Ja, wenn du etwas hast, dann sagst du dich. Ja, danke. Was ist das? Das war's. 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 Oh. Das war's. Danke. Dann. Lassen Sie mich. Hm. Immerhin lebt, Luna. Aber warum ist sie gleich wieder abgehauen? Ähm, Noelle, ich kann gar nicht mit dir kuscheln, Süße. Noelle, Puschelschwanz aus meinem Gesicht. Was willst du denn, hä? Abends wird sie immer sehr anhänglich. Ähm. Noctis sitzt mit einer Lady auf dem Bett und die Siegeshymne spielt. Was soll mir das jetzt sagen? Ich bin mir grad nicht ganz sicher. Lassen wir das einfach mal, das Thema. So, wo sind meine ganzen sexy Noctis-Fotos, die du mir versponnen hast? Prompto. Oh. Ich seh nur creepy Selfies von dir. Alter, was... Was habt ihr bitte getrunken? Als Prinzip speichere ich die... Oh... Oh mein Gott! Okay! Bitte, sagt jemand... Das... Damit kann man Kinder in die Flucht schlagen. Er kann keine Selfies machen. Das nennt man unfotogen. Es tut mir wirklich leid, Prompto. Vor allem noch das ganz Kleiner. Hier. Hier. Solche Fotos sind süß. Ja. Das geht eigentlich auch. Das ist ein Stalker-Foto. Das ist... Oh. Ja, natürlich. Hm. Speichern wir auch. Und nochmal Noctis speichern wir. Aber das sind nicht wirklich viel, ne? Was ist das denn? I can't. I... I can't. Ich speichere die meisten Fotos einfach, weil sie so lustig sind. Ah... Iris nimmt mir auch mit. Ja, kommt. Nehm ich auch mit. Klar. Alles speichern. Ich kann ja nur speichern, was ich kann. Oh Gott. Gut. Also im Zomia ist es nicht so schön, ne? Die haben gekonnt angegriffen. Und es sind wahrscheinlich auch viele Tote und ziemlich viel zerstört worden. Haben wir ja gesehen. Der nächste Morgen. Neee, Bosuke! Ah... Aizroa. Alle haben mit Tarkot und Sanko gehen. Wir sehen uns die Stadt. Okay. Wir gehen auch. Ja, klar. Ah... Warum nicht? Ah... Entschuldigung. Okay, ich werde euch anrufen, ne? Oh... Okay, aber das machen wir dann erst im nächsten Part mit Lady Iris ein bisschen spazieren gehen. Also das Hotel sieht aber eigentlich ganz hübsch aus, muss ich sagen. Und sie rennt schon einfach weg. Toll. Frauen. Könnte ich ja mal fünf Minuten... Oh... Oh... Ich hab sie jetzt ja... Oh, hab ich gleich mitbekommen. Guck mal, die hab ich jetzt im Menü. Ähm... Ja, typisch Ladies einfach... Ausrüstung? Kann ich... Kann ich mit dir... Kann ich mit dir kämpfen? Bist du ein Gastcharakter? Ich weiß es gar nicht. Äh... Ja, typisch Frau einfach vorlaufen und einkaufen gehen. Wissen wir? Und Noctis ist dann im Endeffekt nur gut genug, um die Schuhe zu tragen. So sieht's dann nämlich im Endeffekt aus. Ja. Äh... So. Ich mach jetzt noch ganz schnell... Sammeln. Ja. Das ist wichtig. Wurde mir jedenfalls gesagt. Ich weiß auch nicht, Kommandos... Ähm... Sind das... Ach, ich hab ihn ja gar nicht dabei, verdammt. Sind das die Kommandos dann hier? Oder... Andere... Oder... I don't know. Ich bin überfordert. Aber egal. Hauptsache, wir haben es mal gelernt. Und genau... Ja, okay. Das ist Dämmerbrecher. Das ist Gladio. Das ist dann... Markieren ist jetzt auch nicht so gut. Deswegen denke ich, sammeln vielleicht sogar besser. Was haben wir für Prompto? Sieht ja... Und schwächt sich. Ja, nehmen wir auch mit. Können wir ja mal ein paar bessere Kommandos machen. Und für dich vielleicht auch noch? Für den Kommandos, wenn Noctis einen Angriff trifft. Äh... Auf einen Gegner trifft. Aber das kann ich gar nicht machen. Das kostet zu viel. Heilung... Haben alle Herrschiff schon gelernt, ne? Abhänger. Kann ich gerne... Wenn Noctis einen... Aufhängen. Hm. Ja, das Problem ist halt wirklich nur, ähm... Es gibt halt nicht überall Wartpunkte. Das finde ich noch ein bisschen doof. Ja, die haben wir. Die meisten Sachen kosten jetzt halt auch schon richtig viel. Ausweichmenöver in der Luft. Ich bin ja nie in der Luft. Das habe ich schon. Das ist so viel. Und das habe ich schon. Das habe ich schon. Wahnsinn. Die so und die so. Aber da brauche ich überall noch mehr. Synchroblock. Ich schaue halt mal ein bisschen. Aber ich glaube mit den 16 kann ich gerade noch nicht viel anfangen. Accessoire-Slot 2. Das habe ich schon, ne? Apropos. Ja, ich könnte... Ich nehme gleich mal Pronto, weil der ist halt recht schwach. Dann müsste ich doch eigentlich... Genau. Was haben wir denn hier überhaupt? Das Amethyst haben wir? Was macht das nochmal? Erhöhte Stärke. Genau. Die LP-Regulation ist vielleicht auch ganz gut. Aber hier ist mehr LP. Aber auch nicht wirklich viel. Wir haben ja glaube ich auch den anderen LP-Bonus. Vielleicht die Stärke... Äh ne, die Vitalität ist ja Abwehr. Vitalität. Sterne eine Vergift. Vielleicht nehme ich tatsächlich nochmal das für die Vitalität einfach. Gut. Leute, ich speichere dann jetzt aber mal. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und das ver... Was? Nein, nein, nein. Ich kann nicht speichern gerade. Warum kann ich nicht... Ich kann nicht... Ich kann gerade nicht speichern. Gut, dann ähm... Wartet mal. Vielleicht wenn ich rausgehe... Bitte lasst mich kurz speichern. Wo denn? Startbummeln. Ja, das ist jetzt ja ganz toll. Ich kann nicht speichern. Okay, egal. Dann machen wir trotzdem gleich weiter. Ähm... Hat vielleicht automatisch gespeichert. Sonst wird es viel zu lange der Part. Also, wir gucken uns gleich mit Iris hier in Lastalamum. Bis dann! Ciao!